Topfgucker TV empfiehlt Wir befinden uns hier in der obersten Etage unserer Ölmühle. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, eine Führung bei uns zu buchen. Das Besondere an unserer Führung ist, dass Sie die frisch gepressten Öle hier bei uns verkosten können. Die Hanfsaat wird direkt nach der Ernte angeliefert und wir pressen unser Hanföl auch in Rohkostqualität. Das heißt auf einer kleinen Presse bei unter 30 Grad. Unser Hanföl ist leicht grünlich und Hanföl besitzt eine besonders gute Zusammensetzung zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Wir sind besonders stolz, hier bei uns einen regionalen Bauern gefunden zu haben, der für uns die Hanfsaat anbaut. Der Vorteil von Regionalität ist, dass wir die Bauern hier unterstützen und natürlich geringe Transportkosten haben. Unser Hanföl können Sie natürlich hier bei uns im Mühlenladen kaufen oder bei ausgewählten Händlern unseres Vertrauens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017